hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin die und wie ihr sehen könnt zeige ich heute mal wieder borderlands und zwar borderlands 2 um genau zu sein ich überlege mit einem guten combo von mir ein let's play zu machen beziehungsweise ein let's play zu den dlcs aber vorerst wollte ich euch hier mal einen guten tipp zeigen oder einen guten trick zeigen für die die es dennoch spielen wie ihr geile waffen farmen könnt ihr begibt euch hier zum wildlife exploitation preserve hier gibt es eine mission das sozusagen die könne von tennis annehmen wenn ihr denn hier die main quest habt um hier reinzukommen weil es an und für sich ganz simpel dann müsst ihr echo recorder aufsammeln und hierbei schon mal meine empfehlung tut das nicht also im ersten modus also im normalen modus oder im wagenkammerjäger modus ist das noch sag ich jetzt mal irrelevant da könnt ihr das durchaus tun doch wenn ihr zum ultimativen kammerjäger modus seid würde ich euch das nicht mehr empfinden denn dann könnt ihr hier richtig keine waffen farmen ich rush jetzt hier einfach durch damit ihr den weg seht ich habe es auch in der aufnahme wie lange das hier in etwa dauert ich habe zero genommen denn es ist einfach ganz praktisch gerade wenn man alleine zockt man kann hier sich unsicht vermachen und relativ scher abhauen eigentlich also mein kumpel wird nicht wahrscheinlich flamen dass ich das hier getan habe denn eigentlich zocke ich mit dem charakter mit ihm zusammen und wir sind momentan auf dem selben level und jetzt werde ich natürlich ein paar erfahrungspunkte mehr bekommen aber mein gott so ihr läuft hier einfach ganz gemütlich den weg durch hier gegner müsst ihr nicht besiegen ich zeige euch auch gleich noch eine möglichkeit wenn ihr ein bestimmtes einen bestimmten inhalt zum herunterladen gekauft habt könnt ihr diesen weg hier abkürzen btw wer es noch nicht weiß ich heiße ja psycho d also mein kanalname und psycho deswegen denn jeder der borderlands 2 gezockt hat sollte dem psycho kennen im psycho namens krieg ich finde einfach so genial wie er brennen kämpfen kann feuerwelle auf die gegner ballern zum ultimativen badass psycho werden kann und 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 deswegen psycho mein lieblingscharakter aus meinem lieblingsspiel deswegen darf natürlich borderlands hier nicht fehlen und wer bock hat kann hier gerne mit zocken oder wer es denn überhaupt noch zockt zwei leute da können wir zu vier zocken genau wenn ihr nämlich einen bestimmten innerzimmer runterladen gekauft habt könnt ihr hier reingehen nämlich zum natural selection annex ich werde jetzt auch mal reingehen das hier ist eigentlich nur seine arena aber das könnt ihr durch zusätzliche inhalte bekommt ihr das und hier könnt ihr nämlich auch immer speichern und rausgehen bzw reingehen bzw wenn ich jetzt dann das gemacht habe und gehe raus wieder rein bin ich hier ok also sparen wir uns da schon mal knapp drei minuten laufzeit hier einfach durch rösen und ja 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 momentan wird das hier natürlich einfacher gehen denn a habe ich hier eine korrosionswaffe und b seht ihr es gleich an den gegnern stufe 19 ich bin auch im ersten durchlauf was bedeutet im normalen modus und somit sind die gegner hier noch relativ schwach aber nichtsdestotrotz dieser tipp helft euch in jedem modus damit könnt ihr relativ schnell an waffen kommen oder allgemein an ausrüstungsgegenstände die euch weiterhelfen das hier ist ganz praktisch wenn wenn man 0 hat und man aktiviert seinen action skill dann sieht man auch hier diese unsichtbaren stalker diese mistviecher hier im grunde will ich ja eigentlich nur durch rösen werfen wir einfach mal eine granate damit sollte es leichter gehen jetzt kommen auch noch die hässlichen viecher hier die rex also ihr seht schon es dauert schon eine gewisse zeit so ist es nicht aber letzten eines wird es sich lohnen leider lag das hier jetzt ein klein wenig aber das was ich euch zeigen will das seht ihr trotzdem wie gesagt das ist hauptsächlich für die die noch zocken viele werden ja wahrscheinlich borderlands gar nicht mehr zocken ist ja schon mehrere jahre alt aber mir macht es einfach spaß ja es ist einfach ein geiles spiel das muss hier euch natürlich klar sein ihr müsst hier nämlich immer diesen ultimativen badass besiegen und das kann schon nervig sein die gegner hier rechts und links könnt ihr auch besiegen gerade wenn ihr gage habt und ihr habt anachie dann könnte das praktisch sein aber ähm momentan soll uns das nicht jucken ich werde den hier besiegen denn mit seinem mit korrosion äh mit ähm elektro könnte das hier schon nervig sein wenn uns hier unser schild droppt genau wenn ihr die mission habt ich werde sie euch mal schnell anzeigen wildlife exploitation preserve ähm wo haben wir es denn 1000 cuts ähm genau ähm das hier risiken und nebenwirkungen die müssen wir nicht abliefern denn wenn ihr das getan habt beziehungsweise nicht getan habt brennen wie ihr sehen könnt manchmal hat man glück manchmal pech ich hatte jetzt in dem fall pech aber wie gesagt hebt euch das auf denn jeder der schon mal gezeigt hat weiß dass die kleine missviecher einfach asozial sind extrem stark und vor allem gutes equipment droppen und hier könnt ihr dann immer schön farmen wie gesagt jetzt speichern raus geben wieder rein gehen könnt ihr direkt da wo ihr das sei jetzt mal dieses mini dlc mit dem arena kampf ähm wo ihr den daran teilnehmen könnt könnt ihr da weitermachen und spart euch über 3 minuten laufzeit jetzt sind wir bei 7 minuten was bedeutet 4 minuten alle 4 minuten könnt ihr dann hier ein equipment oder habt ihr die chance auf legendäres equipment ähm so viel dazu danke fürs zuschauen by the way die zweite folge von fantasy trainer beziehungsweise flash contest kommt heute natürlich auch noch das liebe tagebuch ähm das hier ist jetzt nochmal so ein zusatz danke fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns in einem meiner späteren videos wieder bis dann